Hi, Luna. Hast du mich vermisst? Was hast du denn getrieben? Ich soll den Ort hier erleuchten? Kein Problem. Hm, guter wahr. Oh, das ist neu. Hm, was haben wir denn da? Interessant. Gut siehst du aus. Hey, wo willst du denn hin? Das gefällt dir, oder? Hm? 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 Lass du das nur. Wird das eine Verfolgungsjagd, hm? Wird das eine Verfolgungsjagd? Das wird langsam echt anstrengend. Ich glaube, ich habe bald einen neuen Freund. Hallo auch. Ich bin Ash. Das scheint irgendwo hinzuführen. Wohohoho! Und, bist du zufrieden? Es geht wohl wieder nach drinnen. Hey, mein persönlicher Fahrstuhl. Ab nach oben. Ab nach oben. Ab nach oben. Hier bist du, Luna. Wer das wohl sein mag. Na, Kumpel? Was ist zunder?